Wie jedes Jahr ändert sich auch beim Jahreswechsel 2018-2019 so einiges bei den Gesetzen. Um fünf wichtige Änderungen geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Der Jahreswechsel bringt so einige Änderungen, zum Beispiel im Mietrecht, im Steuerrecht oder im Arbeitsrecht. Die erste wichtige Änderung ist die neue Mietpreisbremse. Dazu habe ich schon ein anderes Video gemacht, das ihr euch gerne da oben anschauen könnt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang einerseits gewisse Auskunftspflichten, Informationspflichten des Vermieters gegenüber dem potenziellen Mieter. Dann die speziell eingeführten Grenzen hinsichtlich der Mieterhöhungen. Und dann weiteres Ordnungsgeld, für den Fall, dass ein Vermieter einen Mieter hinaus modernisieren wird. Wenn ihr euch genauere Informationen dazu haben wollt, schaut sie euch einfach im Video dazu an. Aus steuerrechtlicher Sicht ändern sich einzelne Freibeträge. So erhöht sich der Grundfreibetrag von aktuell 9.000 Euro auf 9.168 Euro. Also bis zu diesem Betrag sind die Einkünfte grundsätzlich steuerfrei. Der Kinderfreibetrag erhöht sich auch, nämlich von 7.428 Euro auf 7.620 Euro. Und weiterhin erhöht sich das Kindergeld aber erst zum 1. Juli 2019, nämlich von 194 Euro auf 204 Euro. Ab 2019 gilt auch die sogenannte Brückenteilzeit. Das bedeutet, Arbeitnehmer können ohne Angabe von Gründen ihre Arbeitszeit reduzieren. Sie können also von Vollzeit auf Teilzeit gehen. Sie müssen vorher ankündigen, wie lang dieser Zeitraum gelten soll. Zum Beispiel ein Jahr oder fünf Jahre. Maximal sind fünf Jahre möglich. Und nach Ablauf dieses Zeitraums kommt der Arbeitnehmer automatisch wieder zurück in die ursprüngliche Arbeitszeit. Also dann ist er zum Beispiel wieder zurück in der Vollzeit. Auch beim Mindestlohn ändert sich was. Von den bisherigen 8,84 Euro brutto pro Stunde geht es hoch auf 9,19 Euro brutto pro Stunde. Und zu guter Letzt will der Gesetzgeber noch etwas für die Umwelt machen. Deshalb kommt im Jahr 2019 ein neues Verpackungsgesetz. Grund dafür ist, dass der Verpackungsmüll in Deutschland im Vergleich zu EU-Staaten deutlich höher ist. In Deutschland werden ungefähr im Jahr 220 Kilo weggeschmissen. Im EU-Durchschnitt sind es aber nur 167 Kilo. Deshalb soll die Recyclingquote erhöht werden. Darüber hinaus will der Gesetzgeber, dass in den Supermärkten gekennzeichnet wird, welche Ware ein Weg ist und welche Ware mehrweg ist. Und letztendlich will der Gesetzgeber auch konkrete finanzielle Anreize bieten für diejenigen, die eine ökologisch sinnvolle, eine ökologisch verwertbare Verpackung anbieten. Schreibt mir unten rein, welche Erfahrungen habt ihr mit Gesetzesänderungen gemacht? Habt ihr zum Beispiel mal irgendwie was übersehen und seid dann böse auf die Nase gefallen, weil im neuen Jahr das Gesetz ganz anders da war als im Vorjahr? Oder welche anderen Erfahrungen habt ihr beim Jahreswechsel mit Gesetzesänderungen gemacht? Schreibt es mir unten rein. Ich bin gespannt auf eure Hinweise, Anregungen und Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.